Was hat dich ganz besonders gerührt heute? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil das geht mir schon immer sehr nah. Also gerade so Kinderhospit zum Beispiel, da habe ich schön immer geheult. Mir geht das schon sehr nah. Ich bin selbst Mama und es sind so viele tolle Menschen, die sich ganz toll einsetzen für eine richtig gute Sache. Und ja, alle Projekte haben es verdient, dass sie unterstützt werden. Es geht ja heute Abend darum zu spenden für verschiedene Projekte. Man kann aber natürlich auch viel im Alltag machen ohne Geld. Gibt es da etwas, was dir ganz besonders am Herzen liegt? Gibt es jemanden in deiner Umgebung, den du extra viel unterstützt? Ältere Menschen, jüngere Menschen, alleinstehende Mütter? Oder lächelst du einfach nur? Hast du nur ganz bestimmte Kassiererin, der dir immer extra was zusteckt? Was gibt es da? Was ja auch eine nette Geste wäre. Aber ich versuche natürlich ein guter Mensch zu sein. Ich versuche auch meine Kompetenz natürlich einzusetzen. Ich versuche aber auch auf privaten Wege was zu machen. Und ich kenne natürlich viele Leute, die mich unterstützen können. Ich habe zum Beispiel einen tollen Freund, den Hermann Hübecker, der mir einfach mal Weihnachten 100 Lebkuchenpakete geschickt hat. Letztes Jahr Weihnachten, die ich dann selbst eingepackt und eingetütet habe. Ganz privat, ohne Presse und so weiter an die Tafel gebracht habe. Oder die Tafel ist eine Organisation, die hilfsbedürftige Menschen unterstützt. Und das finde ich dann toll und das mache ich dann auch gerne.